Dieser Videoclip erklärt, welche Wirkung das Einfügen von neuen Geschossen auf die Einstellungen des Ursprungsgeschosses und der verknüpften Geschosse von Elementen hat. Wenn Sie ein Geschoss unter das Ursprungsgeschoss des Elements einfügen, dann wird das Ursprungsgeschoss und zusammen damit auch das Element um den Höhenwert des eingefügten Geschosses nach oben verschoben. Wenn zum Beispiel das Ursprungsgeschoss des Elements das Geschoss 1 ist und Sie ein neues Geschoss zwischen Geschoss 0 und Geschoss 1 einfügen, wird das Geschoss 1 zu Geschoss 2 und das Element wird mit diesem Geschoss verknüpft. Bei seinem Geschoss für Oberkantenverknüpfung wird sich die Anzahl der Geschosse über dem Ursprungsgeschoss nicht ändern. Wenn Sie bei einem Element ein Geschoss zwischen das Ursprungsgeschoss und das Geschoss für Oberkantenverknüpfung einfügen, dann wird sich sein Geschoss für Oberkantenverknüpfung nach oben verschieben und das Element erhöht sich um den Höhenwert des eingefügten Geschosses. Wenn zum Beispiel das Ursprungsgeschoss des Elements Geschoss 1 ist und sein Geschoss für Oberkantenverknüpfung ist Geschoss 2 und Sie ein Geschoss zwischen das Geschoss 1 und das Geschoss 2 einfügen, wird dann das Geschoss für Oberkantenverknüpfung das Geschoss 2 und somit das Element höher. Wenn ein Geschoss über das Geschoss für Oberkantenverknüpfung eingefügt wird, wird das keine Auswirkung auf die Höhe des Elements haben.